So, da hat mein PC gerade mal entschlossen, da hat zu wenig Strom. Streetworks, waste of time, need to take another road. Ah, okay. Gleich hinten irgendwie... Okay, ich bin einfach so blöd, ich hätte mal durch die Straße, beziehungsweise bis zum Ende der Straße gehen. Ist das der gleiche oder neuer? Another homeless drunk, life never forgives. What's going on? I'm confused. Should I enshute? Ja, all is it better to ignore. Bad, fear, violence. Was? Die Frau schützen? Was? Schlagen? Waa? Hä? Jetzt. Achso, okay, warte mal. Jetzt schlagen? Jetzt schlagen? Nein, ich raff das gerade nicht, muss ich gestehen. Krämpfen wir gegen uns selber? Gegen unseren eigenen Schatten? Das sieht aus, als würden wir gegen unseren Schatten kämpfen, oder? Aber irgendwie... Das hoffe ich nicht. Was ist denn, wenn wir... Frau schützen? Was ist denn, wenn wir jetzt sagen, schützen? Was macht ihr hier? Ich verstehe das nicht. Was haben wir denn jetzt gemacht? Also das ist das erste Level, was wir durchgemacht haben. Ha! Hä? Haben wir jetzt die Frau verpurgelt und sie ist im Krankenhaus? Ich raff es nicht. Versuchen wir noch das letzte Level. Okay, wir sind im Alltag unterwegs. Oh mein. Das war ein unkomfortabel... Ein unkomfortabel ride. I need to go to the market. Oh, die alten Knochen machen auch nicht mal alles mit. Oh, der lange, lange Weg auf die andere Seite der Straße. Und die Knochen machen einfach nicht mehr das, was wir machen sollten. Die gehen rüber auf den Markt. What are those kids arguing about? Welche Kinder? Was da? Maybe I can help them. A toy? Fighting of a toy? Kids I used to be... Maybe I can buy another toy for them. Or maybe I can try to teach them something. Ja. Ich hab keine Ahnung. Gehen wir mal auf den Markt. Klar, wenn ich fremde Kinder... Wenn ich fremde Kinder sehe, die sich streiten, überlege ich, kaufe ich denen Spielzeug. Das Poster da hinten ist irgendwie cool. Was haben wir denn da? Klamotten. Obst, glaube ich. Ich weiß es nicht. Klamotten. Gott, die Maus. So ein bisschen langwierig, sich umzudrehen. Das ist so ein bisschen anstrengend. Sehr hygienisch, mein Freund. Sehr hygienisch. So. Das sieht aus... ...als würde es da Toys geben. Robert, this is a toy. I can buy it. Komm, klauen wir es. Ich sag doch, klauen wir es. Wenn mein Hund nicht leicht seine Gorsch hält. Boah, Gott. Nee, da geht es nicht lang. Da ist ein Schatten, da können wir nicht lang gehen. Boah, die alten... Sind das die alten Knochen oder warum kann ich hier nicht lang gehen? Oh, Gott. Einen Schritt vor, einen Schritt seitlich. Dann geht's. Ist das normal oder ist das ein Bug? Warum liegt da was auf dem Boden? Ich kann mich gerade echt nicht vernünftig bewegen. Nur seitlich. Ich kann... Oh! Ach so! Jungs, guck mal. Ich komm mal seitlich auf euch zu, weil das funktioniert. Now they have two toys. They will never fight again now for this. Wahrscheinlich findet der eine das von dem anderen noch besser. Und deswegen will er beide haben oder so. Ach. Ja, okay. Ich würde sagen, das war dieses kleine Adventure, diese kleine Demo. Infos, wie immer in der Videobeschreibung. Die Demo könnt ihr euch kostenlos bei Steam ziehen. Und ich schau mal, warum... Hört ihr das überhaupt im Hintergrund? Hä? Da. Ich guck mal, warum mein Hund so rumjammert. Und wir sehen uns hoffentlich in einem neuen Let's Play wieder. Bis dahin. Tschüss.